Die Herrschaft Montpellier um die erst im Jahrhundert zuvor gegründete Stadt Montpellier wurde im 10. Jahrhundert von einer Gräfin von Magulonne, dem Bischof von Montpellier-Richuen II, gegeben. Der Bischof wiederum gab Stadt und Teile der Herrschaft einem seiner Vasaien, Gilhemi, der bis dahin für ihn Montpellieret beherrscht hatte. Diese Herrschaft Montpellier blieb im Besitz der Nachkommen Gilhemi, bis zum Aussterben der Familie mit Gilhem VIII, bzw. dessen Tochter Maria von Montpellier. Die Herren von Montpellier profitierten vom Aufschwung der Stadt und des Hafens in engen diplomatischen Beziehungen zur Republik Genua. Diese enge Beziehung half Gilhem VI 1141 bei der Niederschlagung eines Volksaufstands. 1163 akzeptierten die Herren von Montpellier die Oberhoheit des Grafen von Tulaus Gilhem VIII, heiratete in erster Ehe Eudokia kommenden in zweiter Ehe Agnès de Castilla, obwohl die erste Ehe weiter bestand. Folglich wurden die Kinder aus der zweiten Ehe vom Papst als illegitim und damit nicht erbberechtigt angesehen. Weshalb nach Gilhems Tod 1202 die Herrschaft Montpellier über Gilhems Tochter aus erster Ehe, Maria, und deren dritten Ehemann, Peter II., König von Aragon, Malx 1213 an das Haus Barcelona ging. Durch den Vertrag von Corbeil anerkannte König Ludwig IX. von Frankreich Aragons Hoheit über Montpellier an, während gleichzeitig Aragon auf seine Ansprüche auf das Landoc verzichtete. Bei der Teilung des aragonischen Besitzes unter den Enkels Peters 1276 wurde Montpellier dem Königreich Mallorca zugeschlagen. 1293 kaufte König Philipp IV. von Frankreich dem Bischof die Hoheit über die Stadt ab, setzt dann in Montpellieret einen Rektor ein, der wiederum den König von Mallorca beaufsichtigte. 1349 verkaufte König Jakob III. von Mallorca Montpellier an Philipp V. I. von Frankreich, um nach seiner Absetzung die Rückeroberung Mallorcas zu finanzieren, Philipp V. I. gliedert Montpellier in die Domain Royale ein. 1365 trat König Karl V. von Frankreich die Herrschaft Montpellier seinem Vetter und Schwager Karl II. von Navarra im Austausch gegen die Festungen Mantis und Mollan ab. 1367 und 1378 beschlagnahmt und 1381 zurückgegeben, wurde Montpellier am 28. Oktober 1382 endgültig in die Domain Royale integriert. 1489, Herrin von Montpellier, Haus der Gilhames Gilhami Dominus Monti Specialenai, 965 von Bernard II. Graf von McGae, belehnt. Gilhem II, 1019 bis wohl 1025 bezeugt, Gilhem III, Gilhemi V, 1058, 68 still bezeugt, Sohn Gilhems III, Lemniskate Ermengarde, Tochter von Raymond I, Graf von Melgay, Gilhem V, 1068, 1121 still bezeugt, vor 1122 Sohn Gilhemi V, Lemniskate Ermengarde, Tochter von Pierre I, Graf von Melgay, Gilhem VI, 1121, 61 still bezeugt, Sohn Gilhems V, Lemniskate Siböer de Mattaplane, Gilhem VII, 1172 bezeugt, vor 1173 Sohn Gilhems VI, 1146 Herr von Montpellier und Montferiard, 1157 Herr von Tortosa, 1157, 58 still Herr von Castries, 1160 Herr von Clermont, 1168 Herr von Sautex, 1171 Herr von Minerval, Lemniskate Mathilde von Burgund, Dame de Montferiard, vor 1172 Tochter von Hugo II, Borel, Herzog von Burgund, Gilhem VIII, 1202 Sohn Gilhem VII, 1172 Herr von Montpellier, Castries, Castelnau, Les Pougets und Pignon, 1187 Herr von Paulhan, 1191 Herr von Lupian, 1194 Herr von Frontignon, 1196 Herr von Minerval, Saint Paul und Montkemmel, 1197 Herr von Omelats, Lemniskate I, 1181 Eudokia Komnen, Tochter von Alexios Komnenes und Maria Dukaina, Nach 1202 Lemniskate II, 1187 Agnès di Castiglia, 1191, 1202 bezeugt, Thomas di Tortose, Sohn von Gilhem VIII, und Agnès di Castiglia, 1202, 04 Herr von Montpellier, Heer von Paolano, 1191, 1200 Zweitel bezeugt, dessen Bruder, Marie, 1213 Tochter von Gilhem VIII, und Oldokia Komnena, Herren von Montpellier, Dame de Moret, Lemniskate I, Baral, Vizegraf von Marseille, Lemniskate II, Bernardo IV, Graf von Comines, Geschieden 1201, 1225, Lemniskate III, Peter II, König von Aragon, Mal, X, 1213, Haus Barcelona Jakopi, 1276, Sohn von Maria und Peter II, 1213 König von Aragon, Jakob II, 1311, dessen Sohn, König von Mallorca, Sanko I, 1324, dessen Sohn, König von Mallorca, Jakob III, 1349, dessen Sohn, König von Mallorca, verkauft Montpellier 1349 an Philipp Fouy, König von Frankreich, um die Rückeroberung Mallorcas zu finanzieren, Philipp Fouy, gliedert Montpellier in die Domain Royal ein.